ja halli hallo liebe kommentierfreunde ich bin's der tenji und wir kommentieren wieder ein paar freunde ein paar freunde wir kommentieren ein paar freunde ok leute ja das ist kevin mein freund ich kommentiere ihn ja leute es ist wieder etwas später nach dem livestream so wie immer die fps zeigen gerade wieder runter wach um auch immer ich habe keine ahnung manchmal ist es so manchmal passiert es ist ja kein bein und beinbruch und so ok leute wir fangen einfach an wir fangen einfach an okay easy schillig wir fangen an mit der letzten samstagsfolge quasi abgetrennt von der hauptbasis 106 ist natürlich wieder uralt ich hab nicht ich hab noch nicht sortiert neueste zuerst so dann schauen wir mal was ist was ist mit der samstagsfolge ach das ist die donnerstagsfolge die habe ich ja dann schon mitgenommen ach die habe ich schon kommentiert oh dann geh mal direkt in die kommentierfolge ja die kommentierfolge was macht es es leuchtet blau habt ihr das habt ihr das erkannt dass dieses dieses wunderschöne kommen zitat dieses schöne zitat wie gesagt ist schon etwas später wieder ja ihr kennt mich ja ich mache mal so ein bisschen spät gut fangen wir an pass auf der playmany tv sagt hi hallo playmany sylvia schmidt sagt eins und eins bei denen daumen hoch ja erster ich meinte du machst eine spur wo ein einzelner zug steht und du nicht mehr laufen oder auf die anderen züge warten musst also wahrscheinlich ein ein transportzug der nur für mich da ist ein personenzug quasi ja das meinst du wahrscheinlich das ist ein bisschen schwierig sylvia weil die der zug irgendwie alles andere blockieren kann wenn er dumm rumsteht oder so ok faktorio habe ich mir letzten mittwoch gekauft und schon 20 spielstunden und es läuft auf mein laptop mit einem mit einem 1,4 gigahertz dual core prozessor und das nur weil ich deine let's space geschaut habe nice klaus nice da freuen sich bestimmt die entwickler von faktorio sehr tim akei timur 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 es tut mir leid du süße kuh du tenji glaub mir dir wird vanilla zu langweilig du haltest du hältst es nicht lange ohne mods aus aber ich spiele nur vanilla aber ich beneide euch um eure rechner meiner geht in die knie mit meiner grafik hat ist müll äh ich weiß nicht ob vanilla mich ob ich mich da langweilen werde ich bin mir nicht sicher also ich freue mich eigentlich mal richtig tierisch drauf einfach mal schön vanilla ran zu machen so schön von anfang bis ende durchbauen da habe ich schon richtig bock drauf vielleicht machen wir auch die kampagnen irgendwie ich habe keine ahnung aber auf jeden fall man vanilla ran von anfang bis ende durch ich freue mich tierisch drauf muss ich sagen weil ich habe keinen bock auf diese komplizierten rezepte momentan ich mag da mal was einfaches machen wobei die wahrscheinlich im vanilla auch schon relativ kompliziert werden können die rezepte das ist ja nicht gerade ohne benedikt fragt warum stand steht bei dir oben in der ach so was für eine farbschwäche hast du ich habe eine rot grün farbschwäche das ist nicht schön ist nicht schön aber es ist nur eine ganz kleine farbschwäche ich kann roh ich kann ich kann grün und hell hell also hell grün mit gelb nicht richtig auseinander halten rot mit braun sowas ja das ist ein bisschen abgeschwächt so eine schwäche keine blindheit hast du auch eine kommentierfolge für den multiplayer nein habe ich leider nicht ich muss leider sagen eine kommentierfolge ist relativ aufwendig das problem ist nämlich du darfst nicht so viel vor produzieren wie man sieht ich habe ja schon bei der normalerweise nehme ich immer vier sachen die ich kommentiere rein und das ist hier schon das ist die letzte samstags folge nicht nicht die von gestern weil das video kommt ja am sonntag raus nicht die von gestern sondern die vor einer woche davor und das ist ein bisschen problematisch man kann nicht viel vor aufnehmen hat man mal einen engpass oder so dann fehlt eine folge weil man es einfach nicht schafft das aufzunehmen das ist ein bisschen ein bisschen bisschen doof ein bisschen nachteil aber es macht ja auch spaß eure kommentare zu lesen aber ich kann es leider nicht bei jedem projekt machen ja diese scheiß auto korrektur die alles falsch korrigiert da bezieht er sich auf kommentare die ich vorher vorgelesen habe von der letzten das ist ja die letzte kommentierfolge mit meinem kommentar meine ich die drei knicker die in deiner monsterfalle kohle in den reaktor schaufeln diese greifen jeweils nur die kohle ab auf einer bandseite das liegt aber nur daran dumme ja also die nehmen sich einfach immer nur die weil die so eingestellt sind dass sie sich was nehmen sollen und wenn die gerade ein bisschen näher liegt die eine kohle nehmen die hat immer die von vorne immer von vorne man könnte extra knick einmal machen und bla 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 aber der output ist quasi der gleiche eigentlich ja also mehr oder weniger das ist also mikro management das ist glaube ich so ein ding wo ich dann sage ach lasse ich lieber so wie es ist trotzdem danke für den hinweis auf jeden fall aber mikro management habe ich leider eigentlich nicht leider ich habe mikro management noch nie gemacht ich klatsche das hin es funktioniert und dann bleibt erst mal so weil ich irgendwie ich möchte da nicht so ewig ich habe mir mal faktorio 0 11 03 heruntergeladen nicht gekauft da ich es mal ausprobieren wollte werde es mir kaufen also die demos man kann ja eine kostenlos quasi eine demo runterladen ich habe den yuki mod endlich zu sourcen und 5 dims oder dimes keine ahnung mod drin und habe auch schon eine weile gespielt aber jetzt kommt immer eine fehlermeldung nicht genügend arbeitsspeicher obwohl ich 8 gb habe krass und die priorität hochgestellt habe kann das ein bug von der version oder ein mod sein oder liegt es an an meinem system die 5 dual core 8 gb ram 8 ist jetzt aber auch nicht mehr so viel heutzutage nvidia geforce windows 10 ich habe keine ahnung denn wenn es am liegt kaufe ich mir nicht übrigens kaufe ich es mir nicht übrigens kommt der fehler bei manchen speicherständen wenn ich lade im game nach einer zeit also kann ich gerade nicht weiter spielen ach ja und mein arbeitsspeicher ist nicht voll und andere fehler kommen auch öfter zum beispiel aktore funktioniert nicht mehr richtig moment ich habe mir gerade vor uns noch mal die option angeschaut pass mal auf was du vielleicht machen kannst es steht ja da nicht genügend arbeitsspeicher es könnte aber auch sein dass es an der geforce liegt ich habe keine ahnung was diese geforce 720 m also das m steht ja wahrscheinlich für mobile also wird das wahrscheinlich ein laptop sein die du da hast hast du das hingeschrieben dass du ein laptop benutzt ne nur mein system ist bestimmt ein laptop das heißt dass die geforce wahrscheinlich auch noch einen geteilten arbeitsspeicher mit dem mit dir mit den 8 gb nimmt oder irgendwie oder auch nicht so viel ram hat aber pass auf ich war ich keine ahnung ob das was bringt ja du gehst auf bei option auf grafik und dann kannst du hier einstellen grafik speicher auslastung und dann machst du einfach mal auf wenige komplett runter wenn es nicht schon eingestellt ist einfach komplett runter schrauben einfach mal weil wenn es nämlich an der grafikkarte liegt die ram ram auslastung von der grafikkarte dann kann das ja passieren einfach mal komplett runter das sieht dann vielleicht beschissen aus ich habe keine ahnung ob das anders aussieht aber könnte vielleicht helfen vielleicht vielleicht bin ja kein experte sorry achte mal hier steht noch mehr wenige anzeigen so wenn solar panels und steam menschen nicht angezeigt also durchsichtig das ist ja komisch youtube sollte wirklich meine funktion einbauen bei dem man seine eigenen videos immer ohne werbung sieht auch wenn sie monetariert sind das sehe ich genauso es kotzt mich echt tierisch an dass jedes mal werbung kommt weil ich eigentlich meine werbung gar nicht ansehen darf weil das als als falsche werbeeinblendung zählt es ist eigentlich quasi verboten aber wenn ich mein eigenes video angucke weil ich mal die kommentare listen möchte es gibt ja noch eine andere funktion man kann ja auch über über das dashboard über die video auflistung kann man auch kommentare sehen ohne dass man dass man hier reingeht aber wir haben in den vergangenen kommentier folgen immer wieder gesehen dass dort auf einmal kommentare fehlen also gehe ich jetzt immer hier rein und dann habe ich ja immer das video wo immer die scheiß werbung kommt wenn du immer so punch club sagst muss ich immer an shio mit seinem punch club dann denken habe ich punch club in dem in der folge gesagt habe ich das gemacht kleiner nachtag glückwunsch zu 50 folgen faktorio kommentier folge rein technisch von der fortlaufende nummerierung gesehen hast du jetzt schon ein jahr durch abgesehen von denen abgesehen von denen also die von den von den folgen die nicht korrekt nicht korrekt nummeriert wurden haben wir ein jahr habe ich schon ein jahr mit kommentier folge macht nice ist schon krass es ist es macht auch spaß eigentlich es ist nur schade was ich finde es echt schade dass es halt immer so eine woche unterschied hat weil wenn ihr ideen habt oder so oder verbesserung zum beispiel ja das und das musst du so und so bauen aber dann ist es schon ein jahr eine woche her habe ich vielleicht schon geändert das müssen schade es ist ja nicht nicht so direkt es ist nicht extrem direkt leider bist du cool natürlich bin ich cool ich bin der coolste auf der welt steht nein ich bin nicht cool ich bin einfach nur so ein stinker der sitzt und irgendwie sowas aufnimmt von taurus die eine schaltkreis maschine läuft nicht weil die knick ihn nichts nehmen kann weil das band zu kurz deswegen alte version 824 nein es kommt wieder werbung nein gucken wir uns nachher an lieber ohne musik ich mag den faktorio sound genau hier habe ich nämlich das erste mal musik rein gemacht ja wir haben auch gerade gar keine musik an weil ich den hintergrund musik ausgemacht habe lieber dass das war mich mal ein anliegen ich würde gerne wissen ob das okay ist mit der musik aber anscheinend der pontaurus findet es nicht gut okay haben wir schon mal einen dagegen naja wenn ich so kurzfristig zu spät aufnehmen würde dann ist es denk denke für dich definitiv besser mit solcher musik was ja ich weiß jetzt nicht ob das jetzt gut oder ob das ist ob das ein ja oder ob das nein das weiß ich nicht ich finde die musik sehr einschläfernd ich würde mir lieber andere oder gar keine musik wünschen ebenfalls würde ich mir ein faktorio let's play nur mit joe gewünschen um die einzelnen sachen von ihm alle kennenzulernen okay kommen das ist quasi wieder ein ja ein nein okay was ein let's play nur mit joe angeht da muss ich mal gucken weil erst mal kommt jetzt ein vanilla durchgang und da muss ich mal schauen ich kann halt nicht mehr reflektoren projekte gleichzeitig machen ich mache halt dieses multiplayer mit mit old bull noch zusammen irgendwann wird das auch mal zu ende sein da müssen wir schauen Livestream ja viel angenehmer tenji perfekte lautstärkung für die musik ja haben wir einen dafür yeah nice eins gegen zwei scheiße mein keller liegt eine leiche scheiße mein keller liegt eine leiche das von sdp ein lied mit sido zusammengesungen ähm ja äh blub kluk 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 okay tenji auf welcher version spielst du genau außerdem tenji kannst du bitte direkt auf meinen kommentar antworten ach so ich hätte ja okay ja ich habe ich spiele ich glaube wenn ich lade sehe ich das glaube ich spielstand laden hier Die 0, 12, 10, 2. Okay. Die 0, 12, 10, Strich, 2. So. Ja, 0, 12, oder? Ist richtig? 0, 12, 10, 0, 2. Jetzt habe ich mich natürlich verklickt, das heißt, ich kann hier wieder neu alles aufmachen. So. Okay. Ich finde die Musik nervt. Oh, da sind wir schon 3 gegen 1. Ja, klar, gucke ich auch, wenn Vanilla spielt. Gehe nicht davon aus, dass das viele Folgen werden. Ich tippe auf maximal 50. Wenn man mal die ersten 10 überspringt, wo nichts passiert. Und Vanilla endet ja schließlich beim Raketenstart. Gut, mit den Vorbereitungen lassen sich 20 Folgen füllen, aber ist okay. Bei nur Bob nicht. Also, wenn ich nur Bob machen würde, dann wäre er nicht dabei. Habe ich nämlich schon bei anderen Let's Plays gesehen. So. Nur Ditechn in der aktuelle Version wäre vielleicht noch interessant. Okay, merke ich mir mal vor. Erstmal Vanilla. Dann haben wir ja immer noch Zeit, was anderes auszusuchen. Na, ich denke, dass du mir nicht zuhörst. Aber mach eine Base kaputt mit Vanillasachen, bitte. Hm, das wird schwierig. Weil, ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier nicht mehr so krass den Überblick, was hier noch Vanilla ist. Hier steht überall Bob drauf. Na hier, das ist Vanilla. Aber damit kann ich die... Aber du musst das so sehen. Ich habe nicht nur Waffen von irgendwelchen Mods drauf. Ich habe auch Monster, also Aliens von Mods drauf. Das heißt, mit den ganz normalen, stinknormalen Vanillasachen werde ich die niemals tot kriegen. Da schieße ich mich tot an denen. Die werden mich einfach überrennen. Schaffe ich einfach nicht. Die sind zu schwach. Deswegen kann ich das ja nicht machen, Gaming Service. Tut mir leid, aber am 25. fängt dann die neue Staffel an. Und dann, dann, meine lieben Freunde, werde ich alles Vanilla machen. Tenchi, wenn du auf der 0-12-10 spielst, wo findet man die auf der Seite? Und das ist das Problem leider gar nicht mehr. Ich hatte nämlich mal, ich hatte mal versucht abzucraten auf die neueste Version, weil ich mit UltBool schauen wollte wegen Multiplayer. Dann war das Problem, dass ich, dass es nicht funktioniert hat. Und dann wollte ich wieder downcraten und habe auf der Internetseite die 0-12-10 nicht mehr gefunden. Und ich dachte so, scheiße. Zum Glück konnte UltBool mir noch den Ordner irgendwie beschaffen so. Sonst war das eine Katastrophe gewesen. Sonst hätte man nicht mehr spielen können. Ich hätte nicht mehr aufnehmen können. Ich hätte mein Let's Play nicht mehr machen können. Boah, wäre alles scheiße gewesen. So, hier drüben läuft jetzt übrigens. Ach, shit. Äh, warte, ich guck mal hier hin. So. Wenn ich jetzt hier so Play mache und dann hier unten auf diesen Button drücke mit der 824. Ach, geht. Da arbeitet... Ach, der, der da hinten arbeitet nicht. Ah. Da laufen wir mal schnell hin. Guck mal, wir haben alles betoniert. So nice. So nice. Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist alles voller Beton. Hehehe. Da freue ich mich bei Vanilla. Machen wir das auch direkt alles zu. Zu kleistern. Hier. Stimmt. Äh, alte Fließbänder. So. Ja, jetzt funktioniert das auch. Jetzt hat er tatsächlich irgendwie nur eine Fabrik so richtig gearbeitet. Ne, zwei haben gearbeitet. Ob ich hier... Hier. Lol, ich sehe gerade, dass die ja gar nicht arbeiten kann, weil der ja gar nicht funktioniert. Ich dachte gerade, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn einer mal nicht funktioniert. Dann werden wir das mal ein bisschen anders... Na gut, das war jetzt ein bisschen Schwachsinn, aber... So, müssen wir es so machen. Die ist zwar langsamer als die anderen, aber sie funktioniert wenigstens. Okay. Wir gucken weiter. Ich glaube, das war schon alles, ne? Ja. Also wir haben drei dafür... Und eins... Äh, nee, drei dagegen und eins dafür. Oder waren es vier dagegen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir mehr dagegen gehabt. Interessant. Mal gucken, was wir in der letzten Folge haben. Das ist die, äh... Die... Die Donnerstag-Folge. Genau. Donnerstag kam die raus. Mal gucken, was die so hat. Sortieren nach Neueste zuerst. So. Erster. Yes, endlich mal wieder Erster. Cool. Erster, 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 Erster. Ja, toll, du Nudel. Okay. Hm, ich habe da nur den zweiten Daumen hoch gemacht. Oh. Nur zwei. Du hast ein Stromnetz. Ja, habe ich. Coole Folge. Ich hoffe, es geht so weiter. Leider wird es nicht mehr so lange weitergehen. Ich habe das ja, glaube ich, auch angesprochen. Oder es war in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, in der nächsten Folge habe ich das angesprochen mit dem, dass ich nicht weiß, wann ich... Ob es sich noch lohnt, was zu bauen. Hm, erinnere mich nicht. Was genau meinst du nochmal? Plastikdünger. Ja, genau. Den meinte Tenji. Den Plastikdünger. Der ist schön. Haben wir nämlich. Da gibt es einen unendlichen Plastikding. Mach bitte die Logikprozessoren in einer Anbieterkiste. Du brauchst sie noch. Haben wir schon erledigt? In der nächsten Folge haben wir das gemacht. Sehr schöne Folge. Bringst du eigentlich eine Spezialfolge raus am Tag des Stream-Release oder machst du daraus einen Livestream? Puh, das ist so eine Sache. Erstens, eine Special-Folge ist sowieso so eine Sache. Was kann ich groß machen in so einer Special-Folge, was den Steam-Release angeht? Ich dachte eigentlich, dass ich einfach das Let's Play anfange. Special-Folge klingt natürlich auch nicht so verkehrt. Wobei ich nicht genau weiß, was ich da machen soll. Und Livestream... Livestream ist immer was Schönes. Livestream ist was Schönes. Aber wie verbindet man das mit dem Let's Play? Weil ich kann das... Na gut, ich könnte nebenbei noch aufnehmen. Ich könnte das als Live-Let's Play machen und gleichzeitig aufnehmen. Aber ist es denn interessant? Das könnt ihr mir gleich nochmal antworten. Das ist gut. Das könnt ihr mir beantworten. Gleich am Sonntag, wenn die Folge rauskommt. Wäre es denn für euch sehenswert? Würdet ihr euch das angucken, wenn ihr den Stream zum Beispiel nicht gucken würdet? Ihr würdet den Stream nicht sehen, ja? Und ich mache ein Live-Let's Play. Ich nehme das auf, während ich streame. Und quatsche mit dem Chat. Und weißt du... Ach nee, ich finde das doof. Ich wollte gerade fragen, ob das okay für euch wäre. Aber so ein Live-Let's Play... Ich finde das doof. Das ist irgendwie so respektlos gegenüber den YouTube-Zuschauern. So wenn ich ein Let's Play mache, ein Live-Let's Play, dann mit ganz wenig Chat-Interaktion. Dann mit so ganz wenig Chat-Interaktion. Das wäre aber auch doof. Ach, ich weiß nicht. Nee, ist dumm. Vielleicht machen wir einen Livestream für... Vielleicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist meine Antwort. Special-Folge, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und Livestream, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Weil ich... Keine Ahnung. Ich finde das manchmal ein bisschen doof. So Live-Let's Plays machen und das vielleicht aufnehmen. Dann müsste man... Ich weiß noch nicht genau. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. So, jetzt sind wir gerade bei 18 Minuten. Sind quasi komplett durch. Das ist eigentlich ziemlich gut. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ja. Puh. Also ich bin ja schon mal gespannt. Ich habe mir jetzt letztens... Freitag, jeden Freitag, ähm... Kommt ja von den Faktorio-Leuten ein Status-Update. Und da wurde auf jeden Fall nochmal bestätigt, dass am 25. Februar der Steam-Release ist. Und dass sie darauf schön hinarbeiten. Ja. Dass sie machen... Den Trailer machen sie nochmal neu. Machen noch einen zweiten Trailer und bla 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 und so. Und ja. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann wird, wenn das rauskommt. Das heißt aber auch, dass tatsächlich am 25. Ich, äh, das neue Let's-Bee starten möchte. Ja. Äh. Also ich werde das quasi an dem Tag aufnehmen und gleich raushauen. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das Problem wird nur echt sein... Was machen wir dann mit der Welt hier? Ich finde das so traurig. Aber ich kann die aber auch nicht... Ich kann sie auch nicht speichern und später weiterspielen. Weil die Version dann so veraltet sein wird. Die ganzen Mods und so. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen traurig. Wie viele Tage haben wir denn jetzt noch? Wir haben den siebten. Wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben den siebten. Genau. Den siebten, den zweiten. Das sind... Das sind unter... Das sind... Was sind denn das? Ich... Also es sind 18 Tage, glaube ich, noch. Die wir haben. Das sind... Moment mal. Wir machen das mal kurz so. Ja, was haben wir... Wie viel haben wir noch? Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs... Sieben, acht. Na ja, sieben Folgen haben wir noch maximal. Was machen wir denn da in dem Bereich? Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aufnehmen tue ich eh erst am Montag. Das heißt, ich kann das am Sonntag nochmal lesen. Weil ich habe echt... Keine Ahnung. Der Elan ist ein bisschen weg. Wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt das und das zusammen oder so. Ich baue da nochmal Schinerie auf. Das bringt ja irgendwie nicht so viel. Wenn ich jetzt schon weiß, ich fange am 25. eine neue Staffel an. Da fragt man sich natürlich, wo ist das Ziel? Was könnten wir jetzt am Ende noch machen? Hm. Das ist so ein... Ja, das sind so die Probleme eines Let's Players. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Und ansonsten wird mir schon irgendwas einfallen, was wir am Montag irgendwie noch basteln können oder so. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sudoops Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Eww.